Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden Westen. Mein Name ist Dr. Skill und es muss einen anderen Weg geben. Wir befinden uns in einer wirklich schlimmen Situation, aber es geht einfach nicht anders. Vergiss Zero Dawn nicht. Elisabeths Opfer. Manchmal müssen viele sterben, damit eine neue Welt wachsen kann. Wenn es unmöglich scheint, schau genau hin. Moment. Der Datenkanal. Den gibt es doch noch, oder nicht? Du musst ihn öffnen. Ich will mit Beta sprechen. Unmöglich, wir könnten entdeckt werden. Das Risiko ist es wert. Es geht auch anders, dann können die Tenakt überleben. Wir aber nicht. Wenn man uns... Wenn du helfen willst. Öffne ihn. Das Risiko ist ein sehr schönes Zimmer. Musik 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 was machen sie mit ihr assoziation durch virtuelle realität die manuelle verschmelzung von hefestes bedeutet stundenlanges mühsames micromanagement wenn sie sich widersetzt lassen sie simulationen laufen die isolation und verzweiflung hervorrufen später kannst du mich hören du lebst sie beobachten mich ich kann diese projektion nicht lange aufrechterhalten ihr hättet mich töten sollen nein sieh mich an ich hole dich da raus versprochen ok halte noch etwas länger durch und arbeite an der verschmelzung dann ist es vielleicht möglich ich kontaktiere dich wenn es zeit wird hältst du durch solange ich weiß dass du kommst halte ich alles aus sehr süß gesagt nun gut ich hab getan was du wolltest jetzt musst du mir sagen was du vorhast ich nehme silence seine armee weg ich brauche sie nicht nur die waffe mit der eure schilde durchbrechen will und wie willst du da rankommen ihn nett fragen ohne regaler und ihre rebellen hat er keine wahl wir sind seine einzige option die einzige option wofür was hast du ihr gesagt das geht nur mich und meine schwester was an ich wusste sie hat geflüstert alles andere erzähl ich später aber zuerst muss ich ein paar sachen erledigen oh und die wären mein freund zur ruhe betten und dann werde ich betas überbrückung von gemini nutzen und regalas rebellion beenden aus der luft moment weil du es unbedingt auf deine art machen willst ich weiß wie du mit den tenakt einen großen auftritt hinlegen kannst die alten horus titan haben noch elektromagnetische energiezellen in ihrem arsenal wenn du eine davon auf regalas armee wirfst erleben sie ihr blaues wunder tu was du tun musst ich komme zu deiner basis falls du silence überzeugen kannst nicht falls wenn okay erend bist du da hey loy nur einmal ganz kurz auf die karte schauen wo wir uns eigentlich gerade befinden ja okay interessant okay wir müssen gleich wieder in die basis das können wir mit einer schnellreise machen wir hören mal kurz im gespräch zu hey loy bist du es wirklich ja bin ich wo sind die anderen wir sind wir sind bei der basis was ist geschehen das erkläre ich dir wohl besser persönlich ich komme sobald wie möglich okay wir warten hier auf dich schön deine stimme zu hören hey loy ah das sieht aus als wäre das die basis von denen oder wenn ich mir das mal so anschaue naja wirkt sehr modern mit solarenergie ah da unten haben wir ah kann ich nicht scannen von hier okay will das villa interessant ah Gemini die haben wir abgeschlossen was die anderen nehmen wir vor ne so hier tun wir mal reißen ja das wollen wir einfach schnell reißen da sparen wir uns ein bisschen viel Zeit bei über 4000 schritten und glaube ich schon mal einfach machen hübsch sehr sehr hübsch ist aber auch wirklich sehr spannend wie das jetzt alles so sich gedreht hat und so weiter von der wendung alles krass nennen wir mal die ladebildschirme noch kurz mit der dürfts gleich haben wir wollen von oben kommen das heißt wir können endlich irgendwann bald fliegen ich habe mich in dein fokus netzwerk gepatcht na toll dann können uns die anderen sie jetzt nicht hören natürlich nicht und sie müssen auch nichts von deiner basis wenn du dir deswegen gedanken machst ich habe dir daten zu den horus energiezellen geschickt die du gegen regalastruppen einsetzen kannst sag bescheid wenn du eine davon holen willst verstanden na gucken wir nochmal gleich ok macht in meinen augen auf jeden fall sinn sich sowas zu holen das unbekannt hier das bollwerk mit dem lehrmeister auf jeden fall noch so viel ich habe jetzt mal geschaut das spiel soll wohl ungefähr 33 stunden brauchen zum durchspielen und wenn man alles macht dann wohl wie geht es jetzt hier nach das geht hier weiter ok dann kommen wir auf bis zu 80 stunden gameplay was sehr krasses in meinen augen dann haben wir wohl noch ein paar folgen vor uns sooo aber das kann man ja dann auch nochmal anders spielen wie wir jetzt lego star wars auf 100 prozent spielen für alle die es nicht gesehen haben machen wir aktuell gerne einschalten wer verletzt ist muss zurückschlagen blut sehen hey kann ich nicht mal eine sekunde in ruhe trauern regala wird mein stamm auslöschen um hekaru zu stürzen die sehen es haben beta und gaia wir können uns nicht einfach in trauer ertränken kotalo hat recht wir müssen kämpfen ok was haben wir vorher treten wir gegen alle rebellen an von den sieen ist ganz zu schweigen was können wir schon ausrichten sollen wir gegen ihre mauern rennen so in etwa so nachdem der kontakt abbrach haben wir uns nach gemini aufgemacht was ist passiert die aufzeichnung auf wahls fokus brach ab als der zenith eric die sie jetzt haben herfestes verfolgt als gaia ihnen gemini einfingen wussten sie dass wir da waren nachdem weil sie aufhalten wollte haben sie beta und gaia entführt ich habe nur überlebt weil ein sie jetzt sich gegen die anderen gestellt hat um mich zu retten ein sie nun immerhin haben wir dich nicht auch verloren was sollen wir nun tun wir werden die sie jetzt besiegen und beta und gaia zurückerobern aber erst müssen wir regale aufhalten wie in gemini machte beta mir ein geschenk ich muss es erst ans laufen kriegen aber es könnte das blutvergießen beenden gerüchten zu folge bereitet regala ihre armee auf einen groß angriff auf den ein vor ich muss dorthin ich weiß los stehe karo bei und behalte den himmel im auge folge den wegen der zehn und die anderen was auch immer ihr braucht bereitet euch vor verbesserungen vorräte legt los bald werden wir gegen die sinis kämpfen wir sind bereit wenn du bereit bist triff mich am ost ausgang ich möchte unter vier augen mit dir reden selbst in der größten dunkelheit bist du die flamme die den weg vor uns erleuchtet sag mir nur eines werde ich ein paar sinis schädel spalten dürfen das dürfen wir alle gut jetzt wird hier ein bisschen ernst gemacht naja wir machen bloß mal kurz alles andere fertig weil ich dachte er wird es direkt losgehen wenn wir das machen hat sich zumindest so angehört wie wenn wir ach wenn wir jetzt hier ernst machen dann nehmen wir das abgehört mal mit dann nehmen wir das abgehört mal mit dann kann ich gerade eh hier nicht machen da auch nicht da auch nicht da auch nicht oh mein kotze sind auch so mhm naja Lenny mein hund ist zwei jahre alt der ist noch nie der ist noch relativ jung mal schnell wie können wir hier die waffenspul nochmal rein kriegen verdammt ging das nicht hier ging doch eigentlich hier oder leerer platz neuer platz also die stufen ich dachte das kann man hier einfach so machen ich kann vielleicht ein bisschen zu doof führen ok das sind die elite fallen sogar aber auch nicht perfekt alles genug so jetzt schauen wir mal kurz Fertigkeiten wir haben 10 Punkte das würde ich jetzt nochmal ein bisschen in die kriegerischen Eigenschaften wahrscheinlich reinstecken nochmal ach ah Spüreangriffe nochmal ein bisschen erhöhen da kam schaden plus 300 aber mal können wir hier noch irgendwo zwei punkte gut ausgeben naja das hört sich sinnvoll an das hört sich sinnvoll an dann haben wir auf jeden fall unsere punkte verschieben ich wollte sagen verschwinden hätte gar keinen sinn gemacht so und da ist das die müsste da drüben sein okay ich verstehe man nennt die musik hier wo ist die denn war hier hinter der tür oder nochmal das ist der ostausgang hier sind wir aber glaube ich auch noch nie rausgegangen gut dann blick auf die uhr bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs zuschauen dieser folge schaut auch gerne wieder morgen ein bis dahin ciao ciao